Willkommen zu Bittrex24, dem Online-Arbeitsplatz, der all Ihre SaaS-Lösungen mit einem einheitlichen Cloud-Service ersetzt. Mit über 12 Millionen Nutzern ist Bittrex24 eine der beliebtesten Lösungen. Es bietet 99,99% Verfügbarkeit, ist in 17 Sprachen und auf jedem Gerät erhältlich. Das Herzstück von Bittrex24 ist das CRM. Und es wird durch vier Komponenten vervollständigt. Aufgaben und Projekte für Arbeits- und Teamverwaltung, auch bei Remote-Arbeit. Zusammenarbeit für Online-Kommunikation und gemeinsame Arbeit. Websites und Online-Shops für ansprechende Websites und Landingpages. HR und Automatisierung für effiziente Workflows. All diese Komponenten arbeiten in einem System zusammen. Schauen wir uns das mal an. Das Bittrex24 CRM ist das, was unser Produkt ausmacht. Zusätzlich zu den zu erwartenden Features wie Verwaltung von Aufträgen, Beständen, Kunden und Verkäufen gibt es Ihnen ganz einzigartige Möglichkeiten. Sie können beispielsweise Bestellungen verwalten und Online-Zahlungen akzeptieren, Marketing-Kampagnen schalten und Vertriebsdaten analysieren. Zusätzlich dazu haben wir nützliche Tools für die Kundenkommunikation, das Contact Center und Lead-Generierung. Anpassbare Online-Formulare. Die zweitwichtigste Komponente in Bittrex24 sind Aufgaben und Projekte. Sie können Aufgaben so erstellen und verwalten, wie es Ihnen am besten passt. Als simple Liste, Kanban, Kalender oder Gant. Die dritte Komponente ist Zusammenarbeit. Und hier punktet Bittrex24 richtig. Sie erhalten Chats, Online-Treffen, Cloud-Speicherplatz, Online-Dokumente und weitere Tools, die Sie für eine reibungslose Kommunikation und produktive Zusammenarbeit benötigen. Nummer 4 sind Websites und Online-Shops. Das ist Ihr eigener Website-Builder, mit dem Sie Websites und Landingpages gestalten, ohne eine einzige Zeile Code programmieren zu müssen. Alles im Blog-basierten Online-Editor. Und zu guter Letzt unser HR- und Automatisierungsmodul. Mit seiner Hilfe können Sie Aufgabenberichte sammeln, Arbeitsstunden und Anwesenheiten verwalten, die Mitarbeitereffektivität und KPIs messen. Dies passt perfekt zu unseren Workflow-Automatisierungsmöglichkeiten, denn Sie können Prozesse wie Abwesenheitsanträge, Kaufanfragen oder Ausgabenberichte automatisieren. Zusätzlich zu all den Möglichkeiten kann Bittrex24 durch hunderte Integrationen mit beliebten Drittanbieter-Services und Apps erweitert werden. Wir werden weltweit von über 2000 Partnern vertreten. Bittrex24 Partner sind Organisationen und selbstständige Personen, die von uns zertifiziert wurden, um Sie mit Produktimplementierungen und Customizing zu unterstützen. Unsere Partner bieten Lösungen, die die Leistung des Produktes verbessern und es mit lokalen Services wie Telefonie, Zahlungen, Buchhaltung, Datenmigration und mehr verbinden. Bittrex24 bietet für jeden etwas. Wählen Sie die Kombination aus Preis und Features, die zu Ihren Bedürfnissen passt oder starten Sie mit dem Free-Tarif. Bittrex24 – der ultimative Arbeitsplatz, der auf jeder Plattform verfügbar ist.